und wir machen jetzt heute das projekt einer erklärt kann ich erklären ja also leute ja wie versprochen schon heute das projekt auf dem texture pack start was ich sehr persönlich sehr geil finde wir werden das projekt immer weiter auf diesem texture pack spielen wir sind nicht nur drei leute sondern einer wird noch dazu kommen dass wir es dann auch gewesen aber der kann leider heute nicht wir werden bestimmte uhrzeit noch abmachen das sagen wir euch im nächsten video denn der laufung ist im laufe der zeit ja das hat das projekt heißt das projekt ist das projekt lukas wer ist das projekt also das projekt heißt mein kraft hier ist so in den namen und ausgedacht weil und also weil unsere persönlich nichts anderes ein ziel und weil sich gut und deswegen wenn wir das projekt so und ich hoffe es gefällt euch ja ja ich mache ich gleich schon durch essen ja weil ich auch normal gestellt habe ich bin jetzt auch was ich habe nur noch was nimmt die vermeiden baum alter ich gehe gleich in die schlucht die schule gott wo ich mir gleich aber dann gehen wird getrennte wege na ja ja also die schlucht gehörten die leute guck mal her kommt mal her kommt man sie hat ja ach ich nehme die schlucht die gott mir ja macht das und die schlucht und am ende und am ende also wir blocken uns erst mal unter das text ist so geil die hühner sind enden älter das texture pack ich feier ist so hardcore nein nur noch 300 elio ist noch nicht schlucht ne schwein ist die schweine sehen hier aber krass geil aus ja und die hühner sind also ich war ja das texture pack hat mega egal wie workbench 1 war die kür sind büffeln ein junger ich hatte es schon 20 mal die kürbisse ich habe kürbisse leute eine aufnahme dauert ja nur mal so dass sozusagen ich habe genug essen aber ich glaube ich bin zacken ich brauche ich mit der hand ab ja das ist ja die übrigens leute die nächstes das nächste video werden wir alleine aufnehmen also was heißt alleine wir sind spiel ich bin alle auf der welt aber wir reden halt nicht miteinander ja das hier ist aber die anfangs deswegen ich muss mir erst mal ein bisschen wir werden uns dann entstummen oh mein Gott ist die Hühne geil tief oh mein Gott ist die Hühne geil tief oh mein Gott ist die Hühne tief ich nehme die Hühne oh nein direkt Zombie ah geht direkt er geht direkt ah ich würde erst mal fahren ja mach ich ja ich fahr mal ich bin tot hier ist Creeper bei mir nein scheiße scheiße bin ich dumm ey Leo willst du viel Kohle haben willst du viel Kohle warum bist du so dumm und stirbst sofort hä ja weil ich hab die mit hast du mit Inventar behalten nein hab ich nicht ne Junge das ist mega der Heck so zu sagen du hä der Junge bin ich gerade reingekommen wo ist mein Gott boah das Eisen sieht ja auch richtig krass geil aus gönne ich mir erstmal brauche ich jetzt gleich erstmal scheiß essen eh ich muss nicht vor allem erstmal auch an das ähm texture pack gewöhnen ja ja dass ich erstmal weiß welche Glöcke das ein sind die ist rote ne also ist die rote ne ja diese komische Knoppel als wäre so ein Pop so ein Pop in dem Stein ja geil ja geil so muss essen ey wahrscheinlich das bringt ja voll wenig aber nach ich muss ganz langsam gehen ey wir werden das Projekt extra lange sehr durchführen also sehr sehr lange wirklich hoffentlich werden es bis zu 100 Folgen ja hoffentlich hat vor allem bis dahin noch jemand Lust ich der halte ich auch ich ey Junge Sam Nerv Gott mega welcher Sam nehme ich überhaupt grad auf ich habe mega viel Eisen Leute bei mir ist mega viel Gold äh mega viel Kohle bei mir ist mega viel gar nichts ey an dem Sporn ist mega viel Kohle ach was warte das bringt mir ja gar nichts aber ich bin grad in der Schlucht das auch richtig viel ich auch ne in meiner ich sehe dich schön nein 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 in anderen oh nein nein ein Herz ein Herz ich suche grad nach Essen also nach Tiere ich nehme alles an Kohle mit was ich finde auch wenn ich jetzt schon fast ein Stack habe kohle kann man immer gebrauchen ok das ist viel ofen sieht auch mega geil aus oh ey danke dass du mich daran erinnert hast das höre ich jetzt schon ich brauche auch schnell was ich habe ein herz und mir fehlen 300 aber ich habe nicht schon ein steak scheiß ich brauche ja auch essen jeder brauche essen ich habe vor allem gar nicht ich habe nur zwei ist der alter der ofen junge ja ich war einfach so sehen und holz ich baue jetzt mal eher mit der holz ich glaube hier mache ich meine kleine basis ich habe auch schon eine base ja ich weil die anderen Oberfläche ich auch die gleiche hoch wahrscheinlich ich muss erst mal eventar sortieren ich muss das ein bisschen ausbauen so schön essen gemacht ich muss das essen das essen ja man alle heute richtig tief runter aber ich bin erst bei der ersten ebene weil das glätten die ganze angriff man hätte mich fast betätigt schon mit einem herz überlegt aber ich sehe in diesem tag ist auch mega viel kohle weil schon mal grad mega schützt dass mir gleich das dass mir gleich das dings ausgeht ich bin hier ist noch eine fettere schlucht das redstone sogar hier ist ich habe glaube ich habe die ausglauben sind dass die jahre wie die fackeln aussehen sind dass die jahre nein das lapis aber ich habe lapis nämlich hey Junge ich komme nicht dahin sowie Minecraft Empire von Dings hier ich jetzt habe ich dir es habt ihr es habt ihr es gefunden alles klar läuft und ich und ich kann mir kein tier schwer machen also ich kann mir keinen eisenspitze machen noch mehr die es schon als an die wir in von handen die es aber ich über ich probiere zu überleben der junge ich bin erst reichen ich schwöre gott einfach mal so ich bin reich von eisen ich habe mega viel eisen ich habe mega viel holz heute ist meine ganze kohle ich muss jetzt irgendwie hochkommen hier ist noch eine fettere schlucht alter das ist meine lucas das meine schlucht hier war ich auch meine höhle ist weiter oben da sind die jahre bei mir wo ich bin ja die klau ich dir nicht die klau ich dir nicht die lasse ich dir da sind acht die das schwöre wenn sogar mehr aber ich möchte ich jetzt zomi geh weg 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 danke ich wollte ich alle die aus und sonst scheiß und ich probiere erstmal zu überleben ja wenigstens etwas jetzt los kommen hier gib mir mein was wie sieht ne eichenholz tür aus armen meine kohle die brauchen die nämlich auch mal den ofen nehme ich den mit das ist doch mega geil dass ich jetzt schon die ausgefunden habe feierlich glücklicher ich habe acht dias auf einmal gefunden werden das sind wahrscheinlich weil da sind zwei diaquellen einfach diamantquellen einfach aber ich habe schon eine eisengroßplatte ich habe schon ein haus am mini zomi mini zomi also so ein kleines versterbungsversterbungsversterben ich will sterben ich will doch ich fick mein japan und er freut sich ich habe die dias jetzt ey junge du kleiner dieb nein spart ich fahr mir noch ein bisschen ich muss sowieso erstmal holz fahren alter ja ich habe überhaupt nichts gerade den sprung schaffe ich wenn man einmal tot ist deswegen mache ich erst mal meine face sonst wäre ich sowieso nicht mehr gelassen aber auch nichts klauen sonst vielleicht auch was ich habe mich auch nicht nein ich weiß nicht mal wo du bist lukas deswegen ich bin gerade ganz gegen holz abbauen naja manchmal sind creeper hilfreich weil sie mir gerade blöcke freigesprengt haben die ich gebrauchen konnte nein so ist jetzt nur ein scheiß drecks mini wie geil die zombies aussehen alter die anzüge an ja guck dir mal die creeper an so geht das doch alter meine fresse hier freundern der wird aber bis auf jeden fall das projekt für den übel spaß machen der hier alter es wird ja älter wie geil slimes aussehen oh slimes hast du slimes ich kann mit dem train ich brauche nämlich slimes alter wie geil slimes aussehen ok und amena wie geil skelette aussehen dias alter ich lass dir gerade alles mit meinem schwert kaputt bam bam ja mehr komm 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 mehr dias mehr 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 für die du leute die dias glänzen sogar ne das ohr das ohr glänzt immer ne in endermann ist bei mir und habe ich mir nicht geholt alter was bin ich für ein leute die endermänner am anzüge ich weiß die endermänner kenne ich ja ich hab dir mann ich hab dir mann schon wieder der hat nein nicht schon wieder ich wollte nur wissen ob das diamanten sind und es sind ich bleibe erstmal hier sieht doch schon ganz schön fresh aus leute oder nicht sehr schlecht ok ich hab neun die aus leiten morgen also hier morgens und ich habe es macht jungen wie viel glück muss man haben ich weiß ihn schmeiß ihn das ist ein freund von mir geht einfach in unser projekt noch mehr smaragde ich finde jetzt nur noch smaragde er hat fast mein ganz der creep hat fast mein grundstück gesprungen jungen ich finde es maragde und dias und gold jungen 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 ich gehe darum geht es mir einfach gar nicht ja und ich will einfach nur überleben mir schon weil ey wie geil die Truhen einfach aussehen alles klein die Truhen sehen so geil aus für mich geht es ums überleben erstmal und dann gehe ich erstmal richtig fahren ja dann ist schon alles weg sage ich nur mal so nein ich bin ja ganz woanders wo du bist stimmt man wann ist der tag endlich zu ende die leute die leute die eisen rüstung ist nur das wort rüstung ne oh das kann man ja nicht alter wie geil das einfach nur smut rüstung noch mehr dias ich habe noch mal die erst gefunden okay ich habe zwei weiße wolle eigentlich bräuchte ich jetzt noch ich habe einiges Herz ich muss hoch ich muss hoch bitte lasst oben noch kurz jetzt habe ich erst mal stein Vorsichtshalber wenigstens oben noch Tag nöte ich nur oben ist nachts noch ein wenigstens geht aber geht zum Tag da geht zum Tag das wir gelten lass mal machen dass man auch wenn man ein halt gerade dass man miteinander verhandeln kann irgendwie das möchte ich nein wow fucking creeper fucking creeper an meiner base ist ein creeper okay ich muss jetzt hoch ich habe halbes Herz ich habe ganze Herzen wie lange geht die Schutzzeit eigentlich ich habe jetzt einfach verraten das Fleisch gegessen damit ich vielleicht ein bisschen regenerieren tut aber nicht okay 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 hoch 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 weg 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 ok Tlaughs ich gehe jetzt hoch nicht los ist aber ich nehme ja nichts ehrlich beforehandom an die oberfläche nein nein meine Höhle ist noch weiter oben die ist noch weiter über deinem Schluch ich möchte mir nur ein Haus schnell bauen weil ich habe 15 Dias Alter wie die Schweine aussehen ja voll geil ne warte wie lange dauert die Öffnung jetzt schon ich hab ne volle Eigenrüstung wie lange nehmen wir jetzt schon auf weiß ich nicht kein Plan okay ich muss mir erst mal dann beenden wir gleich mal das Video gleich wenn wieder Nacht wird wenn wieder Nacht wird das nix aber auch nur du alter klar ich warte jetzt noch mal oben dann wäre ich mein Video so warte 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 aber Leute wisst ihr was die scheiße ist man kann ja nicht alleine auf dem Server weiterspielen das ist scheiße außer Leo ja aber ich sag euch dann bescheiden Leute wie geil die Creeper aussehen ja eben hab ich ja gesagt ey schon zwei Creeper waren in meiner Bar ach wann bin ich denn mal endlich oben hier ey das ist ein Schaf hoffentlich ist das ein Schaf das ist ne cool Leute wann bin ich denn endlich mal oben ey man konnte grad ein bisschen labern das Wasser umfacht nein 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 sind 15 die erst im Arsch gg ok Leute das was mit dem Video ich beende ist hier warte 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 warte